hey freunde und damit kommen wir zur lexer herausforderungsaufgabe phase 3 von 3 sammel barren springen wir mal gleich in ein match ich mache das ganze wieder an der butterhütte und zwar kann man die gold bahn über keld sammeln ok kann man dann von jedem spieler acht gold waren aufheben oder durch kopfgeld aufgaben kopfgeld aufgaben also könnt ihr überall annehmen an benannten orten also überall da sollte irgendwo eine rumlaufen wo ihr die annehmen können zack machen wir den auch noch weg wieder acht gold waren so 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 ok da hat ihn einer pomi gekült noch ein kopfgeld auftrag annehmen oh wurde auch wieder weg gekält ok damit ist die aufgabe abgeschlossen wenn ich euch damit helfen konnte lasst mir gern ein like und ein abo da und bis dahin sehen wir uns zum nächsten clip ciao so 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 so